Hey Day Events, der nächsten Woche habe ich für euch und zwar vom 7.10. bis zum 13.10. Die Halloween Events sind ja im vollen Gange, wir starten ja direkt mal mit Montag. Glücksrad Event mit Landerweiterung. Dienstag LKW Event mit Gutschein, am Mittwoch ist 20% auf 3 zufällige Maschinen. Dann Donnerstag haben wir Stadt Event mit Landerweiterung. Und am Freitag dann 30% auf Fisch und Hummer. Gleichzeitig doppelte Farmpasspunkte bei den Farmpassaufgaben. Da solltet ihr auf jeden Fall auch sicher gehen, immer möglichst schnell die Punkte zu machen, damit ihr die Perks noch nutzen könnt. Samstag dann Stadtevent mit Scheunen und Siloerweiterung. Und am Sonntag haben wir dann noch 50% bei den Tierchen. Des Weiteren das nächste Derby ist ein Relax-Hasenderby. Und nächste Woche kommt dann schon die temporäre neue Maschine, wo wir ja dann Halloween-spezifische Produkte machen können. Und die dann ins Schiff reinhauen können, damit die Hüte verdienen können und dann auch mit den Hüten einkaufen gehen können. Aber dazu verlinke ich euch jetzt mal noch ein Video, weil da seht ihr, wie es beim Weihnachtsevent war. Dann könnt ihr das schon mal sehen, wie das dann mit der temporären Maschine abläuft. Ich mache aber auch definitiv morgen nochmal ein Video dazu. Deswegen auf jeden Fall abonnieren, Glocke aktivieren und dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Danke fürs Zusehen, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Haut rein. Ciao.